Nameless Media hat einen Schwung Media Books rausgebracht und welche das genau sind und ob es sich wirklich lohnt, die zu besorgen, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß dabei! Hallo Freunde des guten Geschmacks, sorry erstmal, ihr hört es noch an meiner Stimme, ich bin leicht angekratzt, deswegen ist der Output auch so ein bisschen, naja, nicht zuverlässig, aber ich kann jetzt wieder besser reden und habe gedacht, ich stelle euch jetzt direkt mal was vor, denn ich habe ein echt dickes Paket bekommen. Nameless Media hat mir diese vier Media Books zugeschickt und diese vier Teile möchte ich euch jetzt etwas genauer vorstellen, euch zeigen, kurz auspacken und auch ein bisschen was zu dem Film erzählen und ob sich das Ganze lohnt und warum es sich vielleicht lohnt. Und da würde ich sagen, starten wir doch einfach mal mit dem vordersten Film. Der Film, der hier an vorderster Front steht, ist Cube. Das Besondere vorweg, Cube ist jetzt das erste Mal tatsächlich als HD-Version draußen, also es gibt jetzt die erste deutschsprachige Blu-Ray-Verfindlichung und das gefällt mir natürlich unfassbar gut, denn ich muss sagen, ich finde diesen Film echt cool, ich habe den damals gesehen und das war einer meiner ersten, naja, ich will nicht sagen Horror-Schocker oder so, aber das war einer der Film, mit der mich damals auf jeden Fall lange, lange, lange Zeit beschäftigt hat. Ich mag den Film echt gern und das ist auch die deutlich bessere Version von Escape Room. Escape Room ist ja jetzt vor kurzem rausgekommen, also Cube ist auf jeden Fall ein Film, mit dem man nichts falsch machen kann. Der hat eine 16er-Freigabe und wie gesagt, jetzt hier das erste Mal auf Blu-Ray. Es gibt hier insgesamt vier verschiedene Cover. Das Cover D, welches ich hier euch zeige, das ist von der Collectors Edition. Da ist ja das Besondere, dass es eben hier eine fortlaufende Nummerierung gibt. Angefangen ist es bei Nummer 1, das ist Elvira und der aktuellste Film ist jetzt eben die 27 Cube. Wir haben jetzt hier ein wirklich schickes Mediabook, was auch von innen einiges hermacht. Man hat auf jeden Fall hier darauf geachtet, dass hinter den Trays ein einheitliches Bild noch zustande kommt und das Besondere an dem Booklet ist, dass es tatsächlich durchgehend in so einem blauen Ton gehalten ist. Finde ich ganz schön gemacht und geht ein bisschen hier auf die Schauspieler ein. Hat ein bisschen inhaltlich was zu erzählen. Gelungenes Mediabook. Ich habe es jedes Mal schon wieder gesagt und ich sage es auch gerne noch ein hundertstes Mal. Nameless macht, was gerade Matt- und Hochglanzlackierung angeht echt alles richtig. Sowohl hinten, als auch am Spine, als auch am Frontcover ist wirklich komplett immer diese Hochglanzspielerei dabei. Das finde ich super, gefällt mir richtig gut. Also um es kurz zu machen, vier verschiedene Cover, alle im Mediabook. Erstmal die HD-Auswertung. Ich bin der Meinung, es ist nicht unbedingt ein Mediabook-Titel. Man hätte auch durchaus hier einfach nur sagen können, wir bringen hier eben eine normale Blu-Ray raus. Vor allem, weil Cube-Jaw eben auch noch zwei Fortsetzungen hat, wo man dann eben nicht weiß, kommen die auch im einheitlichen Mediabook. Nichtsdestotrotz eine gelungene Veröffentlichung. Gefällt mir richtig gut und macht sich auch ganz schick im Regal. Der nächste Film, den ich euch zeigen möchte, ist Die Todeskandidaten. Hier ist es eine sehr schöne Veröffentlichung, auch optisch wieder mit dieser Hochglanzspielerei. Was hier auffällt, ist, dass das Booklet deutlich dicker ist. Wir haben hier 36 Seiten, wir anstatt häufig 28 Seiten. Es ist wirklich einiges an Text und Bildern drin, was ich wirklich sehr cool finde. Auch hier ist natürlich wieder hinter den Trays zwei Bilder, dass das einfach einheitlich und optisch natürlich einiges hermacht. Das Besondere bei Die Todeskandidaten ist, dass es sich auch hier tatsächlich um die erste HD-Auswertung handelt. Bis dato ist der Film in Deutschland nur auf DVD rausgekommen. Einige Extras sind mit an Bord. Und auch hier könnte natürlich wieder der geneigte Filmfan zu verschiedenen Covern greifen, die ihr jetzt hier seht. Ich fand den Film damals auch sehr cool. Es ist eine sehr klassische Menschenjagd-Geschichte. Eben so ein bisschen Battle Royale oder die Tribute von Panem in deutlich brutaler mit B-Action-Stars. Also ich mochte den echt gerne, mir hat der gut gefallen. Kamera ist ein bisschen hektisch, aber ach, da kann man drüber hinwegsehen. Es ist jetzt allerdings, denke ich, nicht der richtige Ort und Zeitpunkt, hier eine komplette Filmanalyse zu machen. Deswegen gehe ich direkt weiter zum nächsten Film. Und zwar ist das ein Double Feature. Punisher und Punisher Warzone. Also hier haben wir ein optisch sehr hübsches Mediabook, was durch diesen Blutstreifen geteilt wird von den beiden Filmen. Auch hier wieder die Hochglanz-Spielerei natürlich. Es sind wie gesagt jetzt zwei Filme dabei. Dementsprechend keine DVD, sondern beide Filme eben auf Blu-Ray. Auch hier ist es ein echt dickes Booklet. Jetzt sogar 48 Seiten. Also das heißt, wir steigern uns gerade. Ich bin gespannt, wie viel das letzte Mediabook dann haben wird. Wir haben hier natürlich einiges an Text mit dabei. Auch hier wieder hinter den Trace die Bildern. Was mich allerdings ein ganz bisschen stört. Aber das ist natürlich nur so aus der Sammler-Sicht. Ich kann es natürlich aber auch aus der anderen Sicht auch verstehen. Es ist das gefühlt hundertste Punisher-Mediabook. Der Markt ist aktuell tatsächlich, was die Punisher-Mediabooks geht, meiner Meinung nach gut ausgestattet. Wir haben tatsächlich diverse Neuauflagen und verschiedene Alternativ-Covern. Wattiertes Mediabook. Wenn man dann ein Fable für Mediabooks hat, kann man und sollte man sich dieses Teil auf jeden Fall holen. Es ist meiner Meinung nach eine der schönsten Veröffentlichungen, was die Filme anbelangt. Nichtsdestotrotz ist ja Punisher 1 gerade jetzt neu geprüft und vom Index runter so, dass man auch die Blu-Ray normal im Laden bekommen kann. Punisher Wars an der Gegend wird ein bisschen schwieriger. Bei dem letzten Film, den ich euch vorstellen möchte, handelt es sich auch um eine kleine Premiere. Denn das ist tatsächlich das erste Mal, dass dieser Film Uncut jetzt auf HD rausgekommen ist. Also hier jetzt auf einer Blu-Ray. Der Film Blinde Wut mit Rutger Hauer ist so ein kleiner Kultfilm. Geht eben hier um so eine typische 80er Jahre Action-Geschichte, dass Nick Parker hier eben sein Augenlicht verloren hat, trotzdem noch sehr gut kämpfen kann, gute Reflexe hat und sich natürlich mit diversen Bösewichten anlegt. Der Film macht unfassbar Spaß. Ist nicht nur super kurzweilig, sondern geht auch wirklich nicht besonders lange. Macht aber richtig Spaß, sich anzugucken. Und hier ist es wirklich schön, dass der Film, der auch lange Zeit auf DVD, out of print war und relativ teuer wurde, dann jetzt endlich hier eine HD-Verfindigung bekommen hat, die eben auch wirklich optisch einiges hermacht. Wir haben jetzt hier drinnen wieder ein etwas kleineres Booklet. Der Film nimmt sich selber nicht ganz so ernst und das macht auf jeden Fall Spaß, sich den anzugucken. Ich freue mich über das Mediabook. Ich hoffe aber, dass eine normale Keepcase-Version rauskommt, denn das ist ein Film, den viele Leute echt gerne mögen und der auf jeden Fall in diverse Sammlungen aufgenommen werden sollte. Es gibt verschiedene Cover, die man sich aussuchen kann. Hier selber habe ich jetzt Cover E. Alle sind limitiert und die meisten tatsächlich auch schon ausverkauft. Also solltet ihr Augen und Ohren offen halten, ob und wann ihr vielleicht noch das eine oder andere Cover sehen könnt. Nameless Media hat es jetzt auf jeden Fall hier wieder geschafft, vier Teile auf den Markt zu werfen, die nicht nur optisch, sondern auch qualitativ einiges hermachen. Und ich bin wirklich froh, dass ich diese Teile euch vorstellen kann. Es sind wirklich alles Filme, die auf jeden Fall in eine Sammlung gehören. Ob es jetzt unbedingt das Mediabook sein muss, sei dahingestellt. Aber ich bin der Meinung, dass die Mediabook-Freunde auf jeden Fall hier ihren Spaß mit haben werden. Und schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, welchen der Film ihr vielleicht kennt und ob ihr sagen würdet, bei dem guten Angebot, yo, da ist was für mich dabei, würde mich interessieren und können uns gerne ein bisschen austauschen. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.